Herzlich willkommen und hallo im hessens store in darmbiern wir haben neben wien salzburg und graz in darmbiern der vierte store in österreich eröffnet und dürfen als firma feuerstein diese wunderbaren naturbeeten präsentieren hier besonders bei hessens einem in circa 320 arbeitsstunden von hand gefertigten bett aus 100 prozent naturmaterialien wir haben schafwolle und schurwolle und baumwolle und wir haben klassisch und ganz typisch für hessens rosshaar das rosshaar ist im winter wärmend und im sommer kühlend wir haben beim hessens bett ein bett das man nicht nur für fünf sechs zehn jahre uns anschaffen sondern wir reden davon bett das jahrzehnte unsere begleiter ist hessens bett hat man 50 60 jahre wenn man so will nur der topper wird circa alle sieben bis zehn jahre getauscht das bett ist so hochwertig gebaut dass auch der hersteller 25 jahre garantie gibt und sollte zum beispiel irgendeine federgeräusche machen wird auch nach 25 jahren dieser teil anstandslos getauscht die garantie geben wir und gibt auch hessens sehr gerne würde man sich zum probeliegen einladen zum ausgiebigen probeliegen wir lassen sie da gerne mal ein paar stunden alleine einen separaten aufgang einen separaten eingang sie können ungestört in aller ruhe genießen ausprobieren probeliegen das wirkelo natürlich auch gern mit unserer fachberatung wo meine sehr gerne zur sita stand und behilflich sind und was mir natürlich auch ganz besonders in dornbirn anbieten können als einer der wenigen stores in österreich dass mir da auch übernachtungen anbieten können über sowas können natürlich jederzeit auch reden wir sind ausgestattet dafür um eine übernachtung anbieten zu können wir freuen uns auf sie herzlichen dank